Ja, hallo. Mein Name ist Kofi Kwasi aus Ghana. Ich wohne hier in Frasthans ungefähr sechs Jahre und ich bin Profimusiker aus Ghana und ich gebe auch Workshops mit den Leuten in Vorarlberg, in Österreich, auch überall auf der ganzen Welt. Und es freut mich heute Abend für unser Benefitkonzert heute. Es ist zu tun mit den Brunnen in Ghana, weil wo meine Eltern wohnen, es gibt kein Wasser und man muss immer viel weiterlaufen zum Wasser abholen. So darum möchte ich diese Benefit-Vereinstattung machen. Auch meine Trommelgruppe steht hinter mir, plus alle Leute, die mich heute Abend helfen, plus der Publikum. Ich danke euch für das Kommen und ja, ich hoffe, dass wir heute Abend einen großen Spaß haben für euch und irgendwann möchte ich euch auch sagen, wie es geht bei uns in Ghana. Wie ist das? Weil das letzte Mal habe ich gemacht und war dem Geld nicht gereicht. Und jetzt habe ich wieder gemacht. Und ja, meine Trommelgruppe heißt auch Bata Boon Gruppe. Und das Bata Boon ist eine Trommelsprache. Der Ba ist die Slap und P ist auch die Open ist der Ton und Boon ist die Bass. Und das ist, was wir heute haben mitgesangt. Und wir wünschen euch alles Gute und viel Spaß. Danke. Musik 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 Also, ich danke auch der Bürgermeister der Bürgermeister von Frastanz, Heuergen Gabriel, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat und den Raum gegeben hat und das Benefit-Vereinstattung. Ich danke der Frastanz-Gemeinde nochmal viel herzlich. Danke. Dankeschön. Musik 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 Musik